Ja, vielen Dank für die charmante Ankündigung. Wenn ich an Braunkohle denke, dann denke ich an Habeck. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber ich komme darauf zurück, denn es ist natürlich im gewissen Sinne ein Leitmotiv, das wir in diesen Zeiten erleben, dass eine Art Ungleichzeitigkeit herrscht. Und die macht es natürlich schwierig, die richtigen politischen Entscheidungen zu kommunizieren, durchzusetzen, möglicherweise aber auch die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen. Und über alles gelegt ist das vielleicht die Herausforderung, neben all den konkreten Herausforderungen, auf die ich eingehe, diese Ungleichzeitigkeit. Und vielleicht darf ich persönlich beginnen. Sie hatten jetzt eine dreitägige Konferenz in einem lichtdurchfluteten Saal. Und na ja, wenn ich Parteitage hatte, dann war man nach drei Tagen irgendwie auch durch. Und das Einzige, was einen noch manchmal wieder wach gemacht hat oder jedenfalls aufmerksam gemacht hat, war das Persönliche. Und nicht noch einmal abspulen, was Sie vielleicht in Reden in verschiedenen Variationen schon 15.000 Mal gehört haben. Und so möchte ich vielleicht beginnen als letzter Gast hier auf Ihrer Tagung, dass ich einmal noch persönlich anfange, um zu erinnern, was eigentlich gerade passiert und vor welchem Hintergrund Ihre Konferenz, Ihre Tagung, der Tag der Industrie stattfindet, vor welchem Hintergrund wir aber auch die politischen Debatten führen. Manchmal habe ich Zeit am Sonntag und gehe noch länger joggen. Und es gibt einen Podcast, den ich dann manchmal meistens höre. Der heißt Ukrainecast von der BBC. Ich würde sagen, ein journalistisches Meisterwerk mit verschiedenen Geschichten aus der Ukraine, aber auch russischen Geschichten. Und diese Geschichten sind Geschichten aus dem Krieg. Zum Beispiel wurde, und man läuft durch den Wald, hätte man nicht Kopfhörer im Ohr, würde man die Vögel singen hören, man sieht das gebrochene Licht. Also das, was ich als einen schönen, vielleicht einen erhabenen Moment begreifen würde. Man hört dann die Geschichten, die quasi gleichzeitig passieren, von einer Familie, junge Mutter, junger Vater, zwei Töchter, Bombenangriff. Sie fliehen vor den Bomben, der Vater und die Tochter, eine der Tochter werden getötet. Sie sitzen danach, die Familie, die Mutter und die überlebende Tochter über Tage im Bunker und sie bitten die ukrainischen oder die russischen Soldaten, ich weiß gar nicht wer, den Mann und die Tochter endlich zu beerdigen. Und es geht nicht, weil keiner rauskommen kann. Man hört von einer Frau, die in einem roten Mantel, das war wohl eindringlich, erschossen wurde, mit einem Schuss ins Gesicht getötet wurde. Und weil die Situation so brenzlig ist, immer wieder überfahren wird von Autos. Man hört Geschichten von einem jungen Soldaten, 19 Jahre alt, der nach schwerer Verletzung wieder an die Front geht und dann von diesen BBC-Leuten gefragt wird, was ist deine Hoffnung? Und er sagt nicht Frieden, sondern er sagt, ich möchte einmal noch im Mittelmeer baden und kriegt dann eine Einladung von einer Frau, die ein Sommerhaus auf Teneryssa hat. Ist dann nicht das Mittelmeer, aber so, solche Geschichten werden dort dargestellt und man hört die und versteht auf einmal wieder, was eigentlich Phase gerade in Europa ist und was gerade Phase in unserer Welt ist. Dass Putin nämlich einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, aus meiner Sicht, weil er die individuelle Freiheit von Menschen nicht ertragen kann. Und weil die Ukraine in dem Bestreben nach Freiheit eine Bedrohung für ein diktatorisches Regime geworden ist. Die darf nicht erfolgreich sein. Die Freiheit, die offene Gesellschaft, das individuelle Glückstreben von Menschen darf für Diktatoren nicht erfolgreich sein. Deswegen hat er diesen Krieg angefangen, weil Diktatoren die Freiheit fürchten. Und deswegen darf er diesen Krieg nicht erfolgreich abschließen, weil das bedeuten würde, dass Diktatoren die Freiheit immer wieder erfolgreich angreifen können. Das ist der Hintergrund aller unserer Debatten und auch nach mehreren hundert Tagen oder nach 120, 30 Tagen, ich weiß gar nicht genau, dürfen wir nicht vergessen, was eigentlich gerade der Grund für die anstrengenden, schwierigen und notwendigen Debatten ist, die wir führen. Und ich finde, es hat sich noch etwas verändert in der jüngsten Zeit. Zuerst haben wir uns und ich habe mich mehrfach dafür bedankt, für die Solidarität der deutschen Bevölkerung, der Verbraucherinnen und Verbraucher, die die hohen Energiepreise tragen, die die hohe Inflation tragen müssen, der Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Sanktionen mitgemacht haben, aus Solidarität mit der Ukraine, wegen diesem Angriff auf die Freiheit. Aber ich denke, was wir gesehen haben in der letzten Woche, ist nochmal eine andere Dimension. Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 ist eben auch ein Angriff auf uns, ein ökonomischer Angriff auf uns. Und dass Putin in seiner Petersberger Rede in einer Art Orwellschen Neusprech alles verdreht hat, also Krieg zufrieden erklärt hat, Unfreiheit, Willkür, Diktatur zum eigentlich zu bevorzugenden Gesellschaftsmodell zeigt nur, wie bewusst dieser Angriff erfolgt. Wie funktioniert dieser Angriff? Und wir haben das Muster jetzt mehrfach schon gesehen durch die Reduktion von Gaslieferungen an Bulgarien, an Polen, an Dänemark, dann den Versuch mit zwei Disc-Jockeys als Geschäftsführer von Gazprom Germania, Chaos am europäischen Energiemarkt zu stiften, dann mit der Sanktionierung von Gazprom Germania. Ja, das Muster ist immer das Gleiche. Die Menge zu reduzieren, die Preise nach oben zu drängen, um, und das ist ja nicht zufällig, um in Europa und in Deutschland eine Debatte auszulösen über Not und über Angst, die hier dieses Land trifft. Und damit meine ich nicht mit einer Debatte den Streit, den demokratisch notwendigen Streit, um die richtigen Antworten, die wir darauf geben müssen. Und das schließt meinetwegen auch Debatten über die richtige Form der Energiesicherheit mit ein. Das muss natürlich eine demokratische Gesellschaft miteinander diskutieren, auch öffentlich diskutieren. Wenn die Argumente stichhaltig sind, muss man sie gegen das Licht halten und dann auch wägen. Das ist nicht das, was ich damit meine, mit einer streitbaren Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die um die Prinzipien streitet, ob die Unterstützung nicht der Ukraine, sondern der Freiheit richtig ist. Das soll unterbunden werden. Denn durch die materielle Not, durch die hohen Inflationen, durch die hohen Energiepreise haben natürlich Menschen Angst. Angst vor Armut, Angst vor Wohlstandsverlust, Angst, das, was sie sich aufgebaut haben, in einem langen Leben vielleicht nicht halten zu können. Angst vor Arbeitslosigkeit, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, aber das ist mein Familienmodell, meine Familienfirma, die habe ich geerbt. Ich habe eine Aufgabe, sie in die Zukunft zu führen. Ist das denn alles noch richtig? Und dann geht es nicht darum, den wohldosierten Streit über die richtige Antwort zu führen, sondern dann geht es darum, die Frage zu stellen, ziehen wir uns zurück? Soll Putin gewinnen, dann macht man den Raum auf für Populismus. Dann geht es nicht mehr um den demokratischen Streit, sondern nur noch um den Debattenraum für den, und das darf ich in diesem Fall sagen, rechten Populismus. Und das ist kein Zufall, das ist eine Strategie. Und diese Strategie darf nicht erfolgreich sein. Und deswegen hat sich etwas verändert. Es geht nicht nur um die Solidarität mit der Ukraine. Es geht eben auch darum, dass wir unser Verständnis von politischer Kultur, einer offenen Gesellschaft, einer freien Marktwirtschaft verteidigen. Ungleichzeitigkeit, sehr geehrte Damen und Herren, sie betrifft eben auch die Vorsorge. Draußen nähern wir uns wieder der 30 Grad. Es ist Sommer, endlich mal wieder ein Sommer, trotz Sommerwelle und noch nicht überstandener Pandemie. Aber man hat wieder das Gefühl, man kann einigermaßen unbeschwert unterwegs sein. Man kann wieder Feste feiern, die Biergarten haben offen. Wer wollte nicht den Sommer einfach genießen? Und wir machen uns Gedanken über den nächsten Winter und überlegen, welche Maßnahmen wir tun müssen, wenn es wieder kalt wird. Das ist weit, weit weg von der Lebenswirklichkeit von den meisten Bürgerinnen und Bürgern heute. Aber es ist dennoch eine notwendige Debatte. Sie haben gefragt, was passiert, wenn der Gashahn zugedreht wird. Und noch einmal, wir reden nicht mehr darüber, dass wir den Gashahn zudrehen. Diese Debatte hatten wir und ich stelle mit einer, nein, kein Erstaunen fest, aber ich stelle fest, dass die Stimmen, die vielleicht vor drei Monaten gesagt haben, ja, machen wir doch sofort ein Gasembargo, 2% Wachstumsverlust, das werden wir wohl schon verschmerzen können. Die habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen nicht mehr gehört. Offensichtlich, weil das Argument sich auch nicht als besonders tragbar erwiesen hat. Wir reden darüber, dass der Angriff mit Energie als Waffe gegen uns geführt wird. Und das muss man klar sagen. Wir verfolgen einen Plan seit Beginn des Krieges. Dieser Plan bedeutet, die Unabhängigkeit von russischen Zufuhren möglichst schnell herzustellen, schrittweise dafür zu sorgen, natürlich auch, um möglichst wenig Euros oder Dollar an Putin zu überweisen. Aber vor allem, und das war ja von Anfang an die Hauptüberlegung, vor allem, um nicht in einer erpressbaren Situation zu sein. Dieser Plan, Sie kennen ihn, bedeutet in Windeseile Aufbau von LNG-Infrastruktur, bedeutet, andere Gaslieferanten zu finden auf den globalen Märkten. Dieser Plan bedeutet, die Energieeffizienz hochzuhalten, die Mengen zu reduzieren. Dazu gehört dann auch jetzt, wo die Menge von Nord Stream 1 nochmal um 60% zurückgegangen ist, Gaskraftwerke, die im Strombereich unterwegs sind, aus dem Markt zu trennen, durch die Hereinnahme von Kohlekraftwerken. Das ist der Plan, aber es ist ein ehrgeiziger Plan und es gibt natürlich gar keine Garantie, dass er aufgeht. Es gibt nur einen hohen Druck dafür zu arbeiten, dass er aufgeht. Wenn er aufgeht, sind die Speicher im Winter voll und wir haben 12,5 BCM als Kapazität an den LNG-Terminals angeschlossen und haben dann im nächsten Frühjahr, im Mai, im Juni die nächsten plus 20 BCM da. Das gibt uns eine gewisse Hoffnung, dass wir das überstehen können. Aber noch einmal, make no mistake, das ist noch nicht erreicht und die Speicher sind nur bei knapp 60%. Und wenn wir nur mit halbvollen Speichern in den Winter gehen und der Gas dann abgedreht wird, dann reden wir über eine schwere Wirtschaftskrise, die Deutschland trifft. Und über politische Maßnahmen, die schwer einschneiden, wo man nichts mehr richtig machen kann. Und deswegen ist dieses Reden über Umfragewerte und über politische Zustimmung zu Personen, auch zu meiner, völlig unangemessen. Wenn wir in vier Jahren das überstanden haben, dann können wir darüber nachreden, wer einen guten Job gemacht hat. Aber wir reden hier um eine politische Situation und eine ökonomische Situation, die schlimmer werden kann als die Corona-Pandemie. Und das ist, glaube ich, nicht allen klar, was hier gerade verhandelt wird. Wenn es darum gehen würde, dass bestimmte Industriekomplexe, die vielleicht besonders abhängig von Gas sind, für eine Woche keine Gasversorgung haben würden, dann würde ich sagen, okay, das kriegen wir schon hin, das können wir auch über Brücken finanzieren, das überleben wir. Aber wir reden ja über ein Szenario, das möglicherweise über Monate andauert. Und dann reden wir nicht mehr darüber, dass vielleicht der Shareholder-Value in dem Jahr 2022, 2023 etwas zurückgegangen ist, sondern dass die Unternehmen einfach weg sind. Und das zu verstehen und die Notwendigkeit hinter all den Debatten, die wir im Moment führen, die Wichtigkeit nochmal einzuführen, das, glaube ich, kann nur gelingen, wenn es eine kollektive Debattenanstrengung gibt, die die Wirtschaft und die Politik mit einschließt. Wir haben also viel Aufgaben vor uns und viel zu tun. Das Gute ist, wir haben uns darauf vorbereitet und wir arbeiten entlang eines Planes, der, ich darf das so sagen, täglich besser wird. Und das liegt auch daran, dass viele Unternehmen, viele Verbände der BDI, die mithilft, diesen Plan besser zu machen. Als ich Minister wurde, gab es eine Runde mit DAX-Vorständen. Und ich erinnere noch, wie ich fragte, worüber reden wir? Also das war noch vor dem Krieg. Was ist die Erwartung? Und es gab so viele Erwartungen. Irgendwann hat einer der Teilnehmer gesagt, wissen Sie was, das ist eine besondere Runde, denn hätten wir uns vor fünf Jahren getroffen, hätten wir alle gesagt, wir reden darüber, dass Sie sich bitte raushalten aus allem. Ein Wirtschaftsministerium ist dann ein erfolgreiches Wirtschaftsministerium, wenn es sich nicht einmischt und im Besten die Förderbescheide rausgibt. Aber dieses Verständnis von Wirtschaftspolitik als Wirtschaftsförderbescheidverteilpolitik, das ist erkennbar vorbei. Und umgekehrt brauche ich natürlich, brauchen meine Leute die Expertise aus ihren Unternehmen, die Daten für die Versorgung, aber auch das Denken in Modellen, um unsere Arbeit zu überprüfen. Das ist eine gewisse Form von Kooperatismus, der Deutschland stark gemacht hat, als Normalform. Dass man mit den Verbänden, Gewerkschaften würde ich jetzt einfach mit einbeziehen, versucht hat, die beste Lösung, den besten Weg zu finden. Da darf nur nicht missverstanden werden. Natürlich gibt es verschiedene Interessen, auch politische, sozialpolitische Interessen, möglicherweise wettbewerbspolitische Interessen. Aber was ich besonders zu schätzen weiß ist, und so scheint es mir, dass wir uns, darf ich das mal in meiner Sprache sagen, nicht gegenseitig verarschen. Und das ist die Bedingung dafür, dass es gut läuft. Dass, wenn Sie sagen, wenn Ihre Unternehmen sagen, wenn der Verband sagt, die Idee ist theoretisch gut, aber sie wird nicht zu dem Ergebnis führen, dass du dir vorgestellt hast, du musst noch mal ran und nach sitzen, dann tun wir das. Weil ich das Gefühl habe, es ist ernst gemeint. Es geht hier nicht darum, dann weniger Gewinne zu haben, sondern das ernste Anliegen, es wirklich besser zu machen. Und ich hoffe, dass wir es genauso gut, ich es genauso gut zurückspiele und sage, wenn wir bestimmte Sachen politisch nicht gehen, dann liegt es nicht daran, dass irgendein Parteiprogramm von 2017 den im Wege steht, sondern weil wir es überprüft haben und wir zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Und wenn Sie andere Ergebnisse haben, dann reden wir darüber. Aber wir dürfen uns in dieser Lage, wir müssen uns in dieser Lage vertrauen und nicht versuchen zu übervorteilen. Und genau so erlebe ich diese Zeit und dafür wollte ich mich einmal ganz herzlich bedanken. Ungleichzeitigkeit, also verschiedene Dinge, die scheinbar widersprüchlich sind, stehen nebeneinander. Gilt natürlich auch für das, was Sie mit der Braunkohleanmoderation gemacht haben. Ja, stimmt, wir müssen getrieben durch die Not des Tages jetzt wieder mehr fossile Energien verbrennen und in den Markt bringen, als wir eigentlich wollten. Und das ist, Sie kennen mein Parteibuch, eine sehr schlechte Nachricht. Das war kein guter Tag für mich am Sonntag, als wir das entschieden haben. Gleichwohl notwendig, weil es darum geht, und ich habe es eben ja schon skizziert, eine schwere ökonomische Krise abzuwenden von der Gesellschaft, von Deutschland. Und ich will noch einmal sagen, weil immer gesagt wird, die Wirtschaft. Die Wirtschaft, das ist natürlich der BDI und seine Vertretung. Aber die Wirtschaft, das ist dieses Land. Das sind die Arbeitsplätze der Menschen. Das sind die Einkommen der Menschen. Das sind die Güter des täglichen Bedarfs. Also wenn wir von einer Wirtschaftskrise reden, dann reden wir nicht von Aktionnotierung, sondern wir reden darüber, dass wir am täglichen Bedarf Mangel haben. Das abzuwenden, zwingt dann eben solche Schritte. Aber das sind Schritte, die nur zu den nächsten größeren Schritten auffordern und sie notwendig machen. Und diese Schritte sind gebunden an die zweite große Krise, strukturelle Krise unserer Zeit, nämlich ein starkes, reiches, kräftiges Industrieland zu dekarbonisieren. Und das ist die Aufgabe, die über dieses Jahr und über das nächste Jahr, ja über diese Legislaturperiode hinaus reicht. Und es ist eine Aufgabe, an der wir wachsen können. Eine Aufgabe, wo sich die Debatte in den letzten Jahren komplett verwandelt hat. Dass mir große ehemalige Kohleverstromungsunternehmen sagen, wir wollen schneller sein. Wo ist die Wasserstoffregulierung? Wo ist der Ausbau von Wasserstoff? Die Mengen an erneuerbaren Energien, die in den Marken, die reichen nicht. Das zeigt doch eigentlich, wo wir angekommen sind. Ich war jetzt auf so vielen Veranstaltungen mit der Wirtschaft. Nicht einmal musste ich Überzeugungsarbeit leisten, dass die neuen Techniken, die neue Form von Produktion, das Umstellen auf die Karbonisierung noch argumentiert werden muss. Das Ob ist längst entschieden. Wir sind längst schon im Wettlauf, wer die besten Antworten nach vorne bringt. Und das wiederum ist, und ich soll nicht zynisch klingen, ich habe das hoffentlich deutlich gemacht, wie angefasst ich auch persönlich bin, durch diesen Krieg, den Putin über Europa gebracht hat. Und nichts ist zu beschönigen an dieser Zeit. Deswegen will ich keinen Zynismus missverstanden haben. Aber natürlich ist es auch so, dass unter dem Druck des Tages bestimmte Dinge möglich sind, die davor als unmöglich gedacht wurden oder schienen. Volker Wissing hat das eben auch gerade mit dem 9-Euro-Ticket genannt. Und ich meine, das ist das 9-Euro-Ticket. Wie anders denn mit der chemischen Industrie, mit der Stahlindustrie, mit der Energieversorgung, wo es wirklich um Milliarden Summen und große Infrastrukturprojekte gibt, wenn wir es schaffen, unter dem Druck des Tages und unter dem gemeinsam geteilten Wissen, was eigentlich der energie- und wirtschaftspolitische Pfad ist, jetzt alten Mehltau mal wegzublasen und schneller zu werden, dann ist da natürlich auch die Chance für eine bessere Zukunft drin in dieser Zeit. Und ich glaube, genau das passiert im Moment. Und genau das ist die Antwort auf die vierte Ungleichzeitigkeit. Wir haben, Sie haben volle Auftragsbücher und eine Angst vor Rezession. Wir haben einen Fachkräftemangel und einen hohen Bedarf an neuen Arbeitskräften und Arbeitsplätzen. Wir sind ein attraktiver Standort. Große Unternehmen kommen nach Europa. Batterieunternehmen, Halbleiter und Industrie. Und gleichzeitig gibt es die große Sorge, dass die nächsten Monate uns in die Rezession führen. Diese Ungleichzeitigkeit, sie lässt sich auflösen durch politische und wirtschaftspolitische Handlung. Es sind keine unüberbrückbaren Gegensätze, aber sie werden eben nicht von alleine sich auflösen, sondern nur durch das gemeinsame Tun. Und das definiert die wirtschaftspolitische Agenda dieser Zeit, dieses Tages, dieses Jahres, dieser Legislaturperiode. Letzten Punkt, geben Sie mir den noch. Sie müssen mich nicht anschleichen. Ich weiß, dass ich zu lange rede, aber geben Sie mir noch. Ich habe mir was überlegt, was ich sage. Ich bin jetzt kurz zu Ende, okay? Einmal will ich vier, fünf Punkte, dann bin ich durch zwei Minuten. Ja, ich mache es schnell. Erstens, wie gehen wir mit der Inflation um? Diese Inflation ist vor allem eine energiepreisgetriebene Inflation. Das gibt eine spezifische Antwortnotwendigkeit, die über die klassischen Mittel, Inflation zu bekämpfen, nämlich durch Geldpolitik hinausreicht. Sie bedeutet, dass wir die Förderung für zukünftige Märkte, für zukünftige Märkte nicht zurücknehmen dürfen. Wir müssen jetzt in der Krise das schaffen, was den Wohlstand in die Zukunft sichert. Umgekehrt heißt das, dass die Überförderung, und das darf ich vielleicht sagen, die ich in verschiedenen Programmpunkten auch in meinen Ministerien dauernd feststelle, dass die Überförderung zurückgenommen wird. Also eine neue Ausrichtung der Förderpolitik, wenn ich es so sagen darf. In einer Marktwirtschaft sind Subventionen immer das letzte Mittel. Das heißt ja, der Markt funktioniert noch nicht. Aber neue Märkte zu erzeugen, das ist die Aufgabe der richtigen Förderpolitik. Daran arbeiten wir. Zweitens, mehr Energie auf den Markt bringen. Natürlich erst einmal Diversifizierung, LNG, aber auch mehr erneuerbare Energien. Mit einer, ich würde sagen, affenartigen Geschwindigkeit drücken wir die Gesetze jetzt durch die Parlamente, um den Ausbau dann der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das soll sich dann in der nächsten Jahreshälfte fortsetzen für Wasserstoff, für die Elektrolyse, für die Pipelines und so weiter. Vierter Punkt, die Reform von Verwaltungsprozessen. Wir sind zu langsam, wir planen zu langsam. Jedes Gesetz für sich genommen, jede Vorschrift für sich genommen, hat natürlich ihren Sinn. Aber zusammengenommen führt es zu einem gewissen Unsinn, wenn Dinge, Oberleitungen für Züge, Volker Wissensprojekte 40 Jahre brauchen, dann bin ich ja schon tot. Was soll das denn? Das kann ja nicht funktionieren. Wenn wir die Windkraftanlagen sechs bis acht Jahre brauchen, dann könnte ich 2030 nur Windkraftanlagen im Land ziehen, die jetzt schon beantragt sind. Die gibt es aber gar nicht. Das kann also nicht aufgehen, also muss es schneller werden. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist am globalen, am konkreten Beispiel zu lernen und dann klasterartig uns vorarbeiten, nicht eine allgemeine Verwaltungs- und Bürokratisierungsdebatte, die dann nur mehr zu mehr Bürokratisierung führt. Also etwas Geduld, für die noch warten müssen, aber im Konkreten, wie bei LNG, wie bei Windkraft und als nächstes die Wasserstoffprojekte konkret nach vorne gehen und die Blockaden lösen, die denen im Weg stehen. Und letzter Punkt, und damit bin ich wieder am Anfang, das, was wir erleben, ist eine Systemrivalität. Nicht in Bezug auf Russland, aber in Bezug auf China, hieß es immer, China, Partner, Konkurrent, Systemrivale. Wir müssen ehrlich sein, die Partnerschaft ist arg strapaziert. Natürlich sind das große Absatzmärkte und große Rohstofflieferantenmärkte, aber wir wären blind und würden nicht erkennen, was die geopolitische Situation ist, wenn wir nicht vor allem die Systemrivalität anerkennen würden. Und das heißt, wir brauchen neue Import- und neue Exportmärkte. Das heißt, wir müssen an der Idee von Handel und Globalisierung festhalten. Wir müssen aber auch sie strategisch nutzen. Strategisch nutzen heißt, dass sie nicht gegen unsere Werte arbeitet, selbst gegen unsere Werte arbeitet, sondern dass wir die Handelsabkommen nutzen, um unsere Werte in der Welt zumindestens zu befördern. Durchzusetzen ist vielleicht ein heerer Anspruch. Gleichzeitig allerdings uns auch eingestehen, politisch wie als Unternehmen, dass wir die Diversifizierung, also das breite Aufstellen von Rohstoffketten, von Energieabhängigkeiten und so weiter zur Maßgabe machen. So kann daraus ein Schuh werden, dass wir unseren Einfluss in der Welt nutzen, gleichzeitig ein bisschen unabhängiger werden von den bösen Absichten von Diktatoren in der Welt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich nehme Sie direkt mit rüber zu der Frage.